einfach 300 euro an die pres bezahlt damit der pc heute pünktlich kommt was passiert der pc kommt gar nicht muss er selber abholen muss 20 kontrollen durchgehen und muss jetzt im regen warten dankeschön für die 300 euro kennt ihr das ihr seid seit sehr lang schon wach aber circa so 17 30 seid ihr erst richtig wach und seht so normal aus ja das ist jetzt der moment bitte könnt ihr diesen leuten schreiben dass wir 30 million euro wollen für sponsoren bitte wir kaufen das jeden tag jeder trinkt hier das was ist das könnte er diesen leuten schreiben dass wir 30 million euro wollen für sponsoren bitte wir kaufen das jeden tag jeder trinkt hier das was ist das die jetzt haben wir hier auch ein stream ground vorbereitet für morgen sollte sich ausgeht inshallah und zu hause habe ich jetzt auch eins das heißt bald gehen die streams los und Untertitelung des ZDF, 2020